moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video zeige ich euch einen neuen afk glitch auf mauer der toten dieser ist ziemlich einfach und er eignet sich auch gut für zum beispiel wenn jemand aufs klo muss ihr seid in der public runde ihr könnt nicht pausieren könnt ihr kurz in den afk glitch gehen oder ihr könnt auch dort zombies killen ich zeige euch jetzt wie das geht und zwar könnt ihr so wie ich hier erstmal die zombies trainen wenn ihr wollt und danach geht dorthin wo ich hingehe ihr müsst hier vorne auf diesen lkw vorne drauf klettern wie ich und dann hier oben drauf sobald die oben drauf seid leute seit dem afk glitch das heißt die zombies werden euch komplett ignorieren und ihr könnt dann die zombies ganz easy töten ihr könnt auch hier auf dem lkw komplett oben drauf gehen leute also hier drauf und ihr seid auf den ganzen bereich dann im afk spot jedoch wenn ein zombie zu nah an euch dran war wo ihr hier drauf klettert dann wird ihr euch noch angreifen aber alle anderen zombies werden stehen bleiben so das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal